Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sharon und ich bin Musikerin. Ich selbst treibe sehr gerne viel Sport. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, diese neue Fitness-Sendung präsentieren zu können. Bei Body Emotion, so der Arbeitstitel unserer neuen Lifestyle- und Fitness-Sendung, geht es nicht einfach nur um Sport, sondern auch darum, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen, damit es uns auch besser möglich wird, unseren stressigen Alltag zu bewältigen. Body steht für Fitness in allen Bereichen, egal ob Aerobic, Fitness-Training, Kickboxen oder Yoga. Emotion für Emotionen, damit auch unser seelisches Wohlbefinden nicht zu kurz kommt. Und Motion, die Bewegung, werden Sie sehen, wenn wir coole Promis kräftig schwitzen lassen. Und mit Lifestyle rund um den Körper, runden wir die ganze Sache ab. Mit Hilfe meiner zwei Kollegen, zwei richtigen Gurus, haben wir die Möglichkeit, Ihnen eine fachspezifische Beratung zu bieten. Christian Bär, Chef des gleichnamigen, exklusiven Fitness-Clubs in Wien, ist Fachmann auf fast allen Sportgebieten. Er hat sich einen Namen als einer der erfolgreichsten Trainer in den Gebieten Fitness, Aerobic, Yoga und One-to-One-Training gemacht. Mit unseren prominenten Gästen zeigen wir Ihnen die neuesten Trends auf dem Fitnessmarkt. Ronny Cockert ist Taekwondo-Weltmeister. Er unterrichtet sein eigenes Kampfkunstsystem, in dem er traditionelle asiatische Methoden mit den modernen sportmedizinischen Erkenntnissen kombiniert. Mein Hauptanliegen ist es, den Leuten aufzuzeigen, dass sie durch ein richtig geleitetes Fitnesstraining mehr Power für den Alltag haben. Weiter geht es leider noch nicht. Aber es liegt an Ihnen, es weitergehen zu lassen. Für Terminvereinbarungen rufen Sie uns an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017